Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 7. Juni 2017, Geek Talk Daily 01.34. Heute habe ich die folgenden Themen für euch mit dabei. Hyperloop, Google Adblocker, neuer Kundenservice, iOS 11 Update, Doppelspeicher, Apple AR Strategie, WWDC in 7 Minuten und Sonntagsverkaufsverbot. Ja, wir beginnen gleich mit Hyperloop. Hyperloop ist ja das, was Elon Musk da konzipiert und aktuell testet in den Staaten. Und da gab es auch schon Wettbewerbe um Möglichkeiten, wo man das Ganze ausführen kann. Und da sind jetzt die einzelnen Stationen bekannt geworden, wo man das Ganze einsetzen könnte. Bis Ende Jahr steht das Ganze zur Debatte und wird dann ausgewählt. Eines davon ist Quer durch Deutschland. Quer ist übertrieben rund um Deutschland herum. Von Hamburg über Berlin, Leipzig, Nürnberg bis unten zu München, Stuttgart, hoch auf Köln und dann wieder zu Hamburg hoch. Also hoch zu Hamburg. Und das Ganze soll in 142 Minuten geschehen. Zum einen für Personen, aber auch für Fracht. Für das Zweite wäre es natürlich besonders interessant, um den Flughafen mit Hamburg zu verbinden und oder Ähnliches. Sehr, sehr spannend. Weitere Städte oder westliche Länder sind unter anderem auch die Niederlande, von Amsterdam zu Rotterdam etc. Wäre da so eine Strecke. Auch für Grossbritannien gibt es drei Strecken, wo man das Ganze einsetzen kann. In Spanien ist sogar angedacht, das Ganze übers Meer, sprich über die Meerenge vom Gibraltar zu führen, bis nach Marokko runter etc. Und natürlich ist auch Dubai mit dabei. Und ja, da ist viel Geld und ich könnte mir noch vorstellen, dass es in diese Richtung eventuell gehen könnte. Muss man mal ausprobieren, wenn es dann da ist. Wir hatten es schon ein paar Mal, diese ganzen Adblocker, die Geschichte um die ganzen Adblocker. Am Montag hat ja Apple selber auch einen Adblocker für den Safari ausgerufen. Vor kurzem ja auch Google. Bei Google sehe ich da ziemlich, ja, ich habe ja schon mal ein bisschen den Naluhut angezogen. Da gibt es einen Beitrag bei winfuture.de, der das Ganze ein bisschen schön beschreibt, wie ich es eben damals schon gesagt habe. Wenn Google, die ja selber Werbung ausliefern, zum einen, ja halt dann plötzlich fremde Werbung einfach aussperren. Und noch viel witziger, wenn sie dann die Zuflüsse, die von anderen Seiten kommen, von denen sie eigentlich bis anhin gar nichts hatten, teilweise sich für sich einbehalten. Speziell und nach Geschmack. Aber lest es euch doch mal nach. Der Link dazu ist auf daily.giktok.ch wie immer in den Shownotes mit drin. Am Freitag wird es bei Apple nochmals gespannt, gespannt, spannend meine ich natürlich. Am 9. Juni um 19 Uhr wird Apple offiziell den Business Chat vorstellen oder Business Chats vorstellen. Damit möchten sie in iMessage eine Möglichkeit integrieren, wo Firmen direkt Kontakt zu dem Kunden aufbauen können. Und das nicht mit irgendwelchen Bots, wie man es von anderen Organisationen her kennt, sondern da sind richtige Menschen dahinter, die zum einen Verkaufsberatung bieten und oder aber auch Hilfestellung bieten sollen, wenn es um Probleme geht. Wie das Ganze funktioniert, eine Integration von Kalender, dass man direkt Termine ausmachen kann, aber auch eine Bezahlung direkt darüber ist ja natürlich auch schon geregelt, denn Apple hat ja da die Möglichkeit vorgestellt zum direkten Bezahlen. Spannend bei neuen iOS Updates ist immer, das gleiche wie bei macOS Updates, welche Geräte sind kompatibel. Ich kann euch schon mal ein bisschen beruhigen, wenn ihr im Besitz eines iPhone 5s seid, das ist ja doch schon relativ, ja, na doch, darf man sagen, bei Technik ist es alt. Das hat noch Gültigkeit, sprich das ist zum iOS 11 kompatibel. Wahrscheinlich mit ein paar Einschränkungen, aber kompatibel ist es. Bei den iPads geht es runter bis zum normalen iPad, aber auch bis zum iPad Mini 2 und bei den iPod Touch ist es ab der sechsten Generation aufwärts, wo das Ganze funktioniert. Ganz wichtig ist aber zu beachten, 32-Bit-App. Schaut doch mal nach, welche App ihr so nutzt und was die für Bit, also ob die 32 oder 64-Bit sind. Wenn dem nicht so sein sollte, schreibt doch mal den Entwickler an, ob er da gewillt ist, ein Update zu bringen. Weil ansonsten, ab Herbst nach dem Update fliegen die ganzen Apps raus. Keine Unterstützung mehr in die Richtung. Ein weiteres Update in dem Bereich hat Apple noch rausgehauen. Ziemlich ruhig die 1TB-Version. Man bekommt ja bei iCloud 5 GB geschenkt. Lächerlich wenig. Man kann für 90 Cent 50 GB obendrauf kaufen, 200 GB oder eben bis zu 1TB für 9,99 Euro im Monat. Bei uns in der Schweiz sind das, keine Ahnung was ich zahle, aber etwas auch um den Bereich herum. Und den Plan wurde geändert. Oder genau der Plan wurde geändert. Nur die 1TB wurde auf 2TB hochgelupft. Heisst, ich bin vor Nachschauen gegangen in den Einstellungen vom iPhone. Da sind jetzt nicht mehr 1TB, sondern plötzlich 2 da. Sehr, sehr schön. Gefällt mir natürlich. Und ja, ich stand eh kurz davor, mir mehr Speicher dazu zu kaufen. Muss ich jetzt nicht mehr. Vielleicht aber doch, weil, was ich ganz cool finde, ist die Familienfreigabe. Ich als Papa kann jetzt meiner Frau zum einen ein bisschen Gigabyte zuschanzen und natürlich auch meiner Tochter für ihr iPad, um Fotos in die Cloud zu schiessen, um was auch immer da zu machen, Backups und so weiter. Meine Tochter logischerweise hat die 5 GB frei. Meine Frau muss ja auch schon nachkaufen und zahlt ca. 1 Franken pro Monat. Ist nicht viel, aber wenn man alles in ein machen kann und dann verteilen kann, das klingt doch cool. Da freue ich mich schon drauf, das Ganze so zu handeln. Bei WhatsApp gab es ein Update. Neu, wenn ihr Bilder, mehr als 4 Bilder auf einmal verschickt, wird das Ganze in Alben dargestellt. Dient natürlich der Übersichtlichkeit und macht auch Sinn. Zumindest auf dem Screenshot sah es ziemlich sinnig aus. Und zusätzlich kamen noch ein paar weitere Dinge dazu, wie Filter und die Möglichkeit von Schnellantworten. Wer WhatsApp nutzt, wird daran sicherlich Freude finden. Einen spannenden Artikel habe ich bei Dr. Windows gefunden. Der junge Herr, der nennt sich Martin, genau, der hat einen Beitrag dazu geschrieben, dass die Apples Argument Reality Geschichte ziemlich lächerlich und primitiv ist. Hat er zum einen auch recht, wegen Tiefenschärfe und bla bla bla, Sensoren, die eigentlich grundsätzlich fehlen. Aber er hat auch gemeint, dass das Ganze unverschämt clever ist. Warum das ganz genau so ist, das könnt ihr da nachlesen. Das würde jetzt den Podcast hier sprengen. Sehr, sehr interessanter Kommentar, den er da abgelassen hat. Viel witziger sind aber die ganzen Kommentare der Windows-Fans unten dran, die das nicht ganz so sehen wie er. Aber ich unterschreibe das voll und ganz. Apple hat da wieder mal was gemacht. Eigentlich was, was früher Microsoft immer gemacht hat. Denn wenn Apple gute Dinge rausgebracht haben, hat Microsoft gesagt, ihr müsst nicht wechseln, wir bringen das auch. Und irgendwann haben sie es dann totgeschwiegen oder dann vielleicht doch nachgebracht. Apple, da kennen wir sie ja, wird das sicherlich nachliefern und dann auch richtiges AR auf die nächsten Geräte bringen, die dann so kommen werden. WWDC, ihr habt sie verpasst? Mögt keine zweieinhalb Stunden nachschauen? Kein Problem. Wir haben euch in den Show Notes einen Link zu der Keynote in sieben Minuten komplett kurz und zusammengefasst. Sehenswert auf jeden Fall. Und zum Schluss was Kleines, aber Kurioses, was ich unbedingt mit reinnehmen möchte. In Deutschland. Ja, Politiker, die spinnen manchmal. Aktuell in Niedersachsen die Grünen. Denn die möchten den Online-Handel am Sonntag einschränken. Man möchte den normalen Handel mit dem Online-Handel gleichstellen und verbieten, dass am Sonntag zum einen sogenannte Call-Centers arbeiten dürfen, aber auch dürfen eingehende Bestellungen am Sonntag nicht mehr bearbeitet werden und erst dann am Werkstag wieder, sodass der normale Handel nicht im Hintertreffen ist. Das ist sehr, sehr, sehr speziell, was man da will. Grundsätzlich begreife ich, was sie möchten, aber ich meine, hallo, Internet, 24 Stunden, immer online und solche Geschichten. Spannend, 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 was es für Menschen auf diesem Planeten gibt. In diesem Sinne, das war es eigentlich wieder für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spass und habt ein bisschen was gelernt oder mitbekommen, besser gesagt. Euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag. Wir hören uns noch zweimal diese Woche und dann ist sie auch schon wieder rum. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.